Ich lerne Deutsch. Nummer 4606 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ist meine Haut glatt genug? Soll ich ein neues Gesichtspflegeprodukt verwenden? An dieser Stelle würde ich einige Anpassungen an den Bauplänen vornehmen. An dieser Stelle würde ich einige Anpassungen an den Bauplänen vornehmen. Warum verhältst du dich mir gegenüber so abweisend? Warum verhältst du dich mir gegenüber so abweisend? Was habe ich dir getan? Warum verhältst du dich mir gegenüber so abweisend? Was habe ich dir getan? Du hast schon wieder gewonnen. Ich gebe auf. Du hast schon wieder gewonnen. Ich gebe auf. Kreativ zu sein bedeutet, originell, fantasievoll und schöpferisch zu denken. Dieses Restaurant serviert gebratene Nudeln in Sojasauce. Dieses Restaurant serviert gebratene Nudeln in Sojasauce. Ich laufe noch vier Kilometer. In 25 Minuten bin ich bei dir. Ich laufe noch vier Kilometer. In 25 Minuten bin ich bei dir. Lass mich den Sachverhalt noch einmal klar darstellen. Wir haben diese Zeichnung genau entsprechend dem Auftrag gefertigt. Lass mich den Sachverhalt noch einmal klar darstellen. Wir haben diese Zeichnung genau entsprechend dem Auftrag gefertigt. Lass mich den Sachverhalt noch einmal klar darstellen. Wir haben diese Zeichnung genau entsprechend dem Auftrag gefertigt. Ich habe gehört, dass Wassermelone schlank machen soll. Stimmt das? Ich habe gehört, dass Wassermelone schlank machen soll. Stimmt das? Die Durchsetzung der Rechte und Interessen von Mandanten gehört zu den Aufgaben eines Rechtsanwalts. Die Durchsetzung der Rechte und Interessen von Mandanten gehört zu den Aufgaben eines Rechtsanwalts. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Du hast deine Like. Und du hast dich. Vielen Dank.